Zu Bonjour Berlin begrüße ich jetzt herzlich Georg Löwisch, Chefredakteur der Taz. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Hallo Herr Saar. Löwisch, drei Stichpunkte habe ich mir aufgeschrieben. FDP-Bundesparteitag, die Ampel in Rheinland-Pfalz und TTIP-Obama kommt ja am Wochenende nach Deutschland. Gehen wir es vielleicht in dieser Reihenfolge um, weil die FDP jetzt doch so hoch poppt. Bundesparteitag am Wochenende in Berlin. Was ist da aus Ihrer Sicht zu erwarten? Die FDP ist jetzt in einer ganz interessanten Rolle, auch für uns interessant, weil sie zum ersten Mal seit sehr langer Zeit eine Koalition mit der SPD eingeht und auch eine Ampelkoalition und nicht nur das Anhängsel der Union ist, eben in Mainz mit dieser Koalition. Und das ist schon sehr interessant. Also die FDP, um mal das Wort von dem Otto Fricke, diesem Politiker in dem Einspieler gerade aufzunehmen. Die FDP war ja zuletzt 2013, bevor sie hochkant aus dem Bundestag rausgeflogen ist, fett, aber nicht fit. Und jetzt ist sie wieder fit, aber wir wissen immer noch nicht genau, wer sie eigentlich ist. Also wie Christian Lindner sie politisch ausrichten will. Und vielleicht erfahren wir da auf dem Parteitag in Berlin ein bisschen mehr als nur so ein Digital-Blabla. Fett, aber nicht frisch. Sie waren ja liberal, aber ich sag mal im Grunde genommen sehr stark einer Lobby auch verschrieben. Glauben Sie, dass die Partei sich wieder weitet hin zu den alten liberalen Tagen? Oder ist sie quasi noch ein Stück weit sehr verhaftet in diese doch sehr lobbynahen Politik? Ja, also was wir da am Schluss hatten mit Brüderle und so, das war ja nicht wirklich Liberalismus, sondern das war eben Lobbyismus, wie Sie sagen, für Hoteliers, für Energiekonzerne, für die Spielhüllenindustrie. Und der wichtigsteismus war eigentlich der Egoismus, also den zu fördern, die Ich-Gesellschaft, wie es ja auch damals hieß. Und dafür ist sie bestraft worden. Und jetzt ist die Frage, ob sie sich zurückbesinnt auf so alte Tugenden. Ganz früher vor der sozialliberalen Koalition in den 70er Jahren, da gab es ja diesen Vordenker Karl Hermann Flach. Und der verstand unter Liberalismus eben auch die Freiheit für Minderheiten, Menschenwürde und Bürgerrechte und so weiter. Aber so einfach hat es die FDP natürlich da auch nicht, weil Sie sehen ja in Baden-Württemberg, der Öko-Libertäre Winfried Kretschmann, der hockt auch da ganz fett. Und die Grünen treten ja auch für Bürgerrechte ein. Also es ist die Frage auch, wie werden sich diese Parteien künftig voneinander unterscheiden? Gehen wir in die Bundesländer. Sie sprachen es eben an Baden-Württemberg, aber auch Rheinland-Pfalz ist interessant. Dort steht seit gestern die Ampelkoalition. Ich sage es nochmal, dass eine Ampel klar ist, Rot, Gelb und Grün. Man muss sich das ja immer vor Augen halten. Überrascht Sie das, dass die FDP da als Zünglein an der Waage wieder zurück ist? Wäre das vor einem halben Jahr noch schon denkbar gewesen? Also ich habe schon gesagt vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dass das jetzt eine entscheidende Stunde für die FDP ist. Ob sie sich eine neue strategische Machtoption aufmacht, ob sie auch so eine besondere Rolle spielt. Weil wenn in die Parlamente die AfD hinzukommt, dann werden ja zweier Koalitionen jenseits von SPD plus CDU oder CDU plus SPD sehr, sehr schwierig. Und dann hat die FDP eine entscheidende strategische Rolle. Nimmt sie die wahr oder nimmt sie die nicht wahr? In Baden-Württemberg, das sind so relativ konservative Knochen da in der Landes-SPD im Ländle. Die haben Nein gesagt und ja, in Mainz haben sie sich anders entschieden. Und das ist auf jeden Fall für politische Beobachter ein sehr spannender Vorgang. Mit welchen Themen wollen die Liberalen denn in Zukunft inhaltlich Wähler gewinnen? Was ist Ihre Einschätzung? Naja, auf dem Parteiteiter geht es eben um digitale Gesellschaft. Und die Schulen sollen alle Computer und WLAN und so weiter bekommen. Was interessant daran ist, finde ich, ist schon das Thema Bildung. Weil das Thema Bildung ist vernachlässigt von den Parteien auf Bundesebene. Und da könnte die FDP was setzen, könnte die FDP reingehen. Wenn es dabei bleibt, dass sie jetzt eine bloße Marktanbeter-Partei bleibt, eine Neoliberale, dann weiß ich nicht. Dann hat sie, glaube ich, auch nicht so viel zu gewinnen. Gehen wir noch auf ein drittes Thema, TTIP und das Wochenende. Barack Obama ist ja in Europa, in Deutschland. Er trifft Angela Merkel am Wochenende in Hannover. Und es wird vor allem um dieses Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa gehen. Nochmal zur Erinnerung, es ist wahrscheinlich dann das größte freie Handelsabkommen der Welt. Also hat auch Signalwirkung für andere Märkte. Umso wichtiger ist es, das inhaltlich mit guten Inhalten zu füllen. Und wie ist da Ihre Position? Also ich sage ja lieber das geplante Freihandelsabkommen, TTIP, weil ich glaube, es ist überhaupt nicht durch. Und Obama wird versuchen, das jetzt auch voranzutreiben. Man sagt ja immer, dass die US-Präsidenten kurz vorm Ende ihrer Amtszeit, wenn schon über die Nachfolge geredet wird, sogenannte Lame Ducks sind, also lahme Enten, die nicht mehr viel auszurichten haben. Aber Obama, der ist doch eher so, naja, so eine Art fleißige Flugente, ja. Saudi-Arabien, London und jetzt Hannover. Und da wird er versuchen, dieses Abkommen voranzutreiben mit Angela Merkel zusammen. Auch mit den anderen Regierungschefs. Am Montag sind ja noch Termine in Hannover. Auch mit Renzi, Hollande und Cameron. Und das muss jetzt sein, weil wenn sie es jetzt nicht mehr hinkriegen, dieses Freihandelsabkommen im Sommer, dann kommt es in Obamas Amtszeit gar nicht mehr und dann kommt es auch vielleicht nie. Ich fände das gar nicht schlecht, weil so wie es jetzt unterwegs ist, ist es eine ziemliche Deregulierungsparty, die eben die Handelspolitik als oberstes Primat setzt und nicht soziale und ökologische Standards. Da könnte man ja auch mal ein Abkommen schließen. Wir haben auch heute kurze Werbeeinblendungen in der Taz 8 Sonderseiten. Und da schlagen wir einen, da skizzieren wir sozusagen ein sozial-ökologisches Transformationsabkommen, was wir für eine gute Alternative halten. Also Abkommen gut, aber so eins brauchen wir nicht. Ich würde das nicht als Werbeblock definieren, sondern als sachdienlichen Hinweis, um sich zu informieren über auch die Position der eher linkeren Seite. Die Demonstrationen, die in Hannover auch anstehen werden, gehen die auch in diese Richtung, dass man sozusagen das ökologischer und nachhaltiger machen soll? Oder ist das eigentlich Radikalität um der Radikalität willen? Wie grenzen Sie sich davon ab ein Stück weit oder wie weit sympathisieren Sie damit? Also es gibt natürlich auch Teile des Anti-TTIP-Prozesses, der so ein bisschen rechts, also der ist eher rechtspopulistisch und einfach so banaler Anti-Amerikanismus. Das finden wir nicht gut. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr fundierte, sachliche, detaillierte Kritik an TTIP. Das finde ich gut. Es gibt auch sehr, sehr unterschiedliche Leute, also vom CSU-Kommunalpolitiker bis zum Verdi-Mitglied. Das ist ein ganz breites Bündnis. Und ja, ich finde es eine sehr detaillierte, gute Diskussion um ein Thema, was ja erst mal mit dieser Abkürzung so schrecklich kompliziert klingt. Aber die Bewegung hat sich da reingearbeitet und sie hat ja schon relativ viel erreicht. Sieht man daran, dass jetzt Obama so drücken muss. Das meint Georg Löwisch, er ist Chefredakteur der Taz. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese zahlreichen Einschätzungen zum politischen Geschehen aus Berliner Sicht. Dankeschön. Danke. Danke.